Bombe Ich glaube, ich werde dann in der Verteidigungsrunde Kontaktgranaten mitnehmen, wenn na, Hawkeye nehmt ja auch gerne mal Smoke, wobei zuletzt immer störsender Mann, aber erst einmal angreifen und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege Boah, es geht schon los, das sind ja schnell, Alter Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Ich gucke, Versammlungsraum rein Sauber Gucke ich Keller Ja, genau Störsendermann haben sie schon Keller hat Störsendermann aufgestellt Also nicht der Keller, sondern Störsendermann hat im Keller aufgestellt Übrigens, die haben Störsendermann Quatsch, nicht so viel Stärkt mal nicht so viel 10 Sekunden bis Einsatz Boah Boah Sprenger Weh, der kommt hier raus Blitz Das Blitz Ja, da ist immer das Icon vor, was da steht Das ist bei ihm immer Das ist irgendwie blöd, ey Blitz ist der Angreifer, der mit dem schon getätigten Blitz Und der Blitz ist der Bandit Ich wurde entdeckt Kamerafrau haben sie noch Die haben die Kamera und Da war der EMP-Mann Drohne bereit Meine Kamera ist dort kaputt Ich glaube, EMP-Mann war es Du hast den Entschärfer fallen gelassen Entschärfer ist jetzt gesichert Entschärfer muss zurückgeholt werden Eko kommt bis über die Erde mit seinem Seiner Schallwelle Bist du denn schon wieder? Ja Ich bin hier Zeit eine neue Tür zu sprengen Sprengladung Einsatzbereit Letzter verbleibender Gegner Mach mal den Strom nach am Schildkopf Wie denn? Zerschießen? Warte Ich guck gleich mal Bombe wurde lokalisiert Entschärfung einleiten Kacke Das Auge zu spät realisiert 1,35 noch Okay, der setzt Bombe Entschärfung eingeladen Entschärfer beschützen Gegner neutralisiert Eigener Druck erfolgreich Wie die Brille langsam vorkommen Alle Herausforderungen geschafft Na ja, die, dass du nicht stirbst Noch nicht Na, bin ich der einzige mit Kontaktgranaten? Vor Frost, ja Mira hat ja C4 Mal gucken, wen ich jetzt von meinem Team verletze Den Bereich sichern Die Bomben weiter schützen Drei Ansätze Toll Es bleiben noch 10 Geh mal weg da Bist Geh doch mal weg hier, Mensch Da schon drei Jackal unter anderem Wo er hinguckt Mist Die kommen nebenan rein Wo gelb ist Ich bin verletzt Hört nochmal Bin verletzt Boah Mein Dock, Alter Du bist zu dämlich, ey Was? Von wo jetzt? Hm Oh nee Wie kriegt das Ding in die Eier Wie der wieder reingucken kann Obwohl es draußen viel dunkler Äh, drin viel dunkler ist So gemein Das können sie echt mal beheben Mit der Operation Gesundheit Was macht denn der? Was machen beide? Fenster links ist was rein? Fenster links ist was rein Alter Alter Ey Was macht denn? Was machst du, Junge? Wo guckst du? Wo guckt der denn? Da wo er schon geguckt hat Ey, das ist doch Wie der mich man sein kann Ey Aber ich schwemme jetzt an der Granate Wie der mich ist Wir müssen eine Bombe aufschwören. Ich fahr gleich mal hoch. Nee, oben nicht. Kerl, oh. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh. Ah. Ja. Voll dunkel hier. 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelang zu der Bombe. Ja, wie hab ich den jetzt? Mal du es hast. Switch mal schon hier. Hallo? Nein? Bei dem engen Gang? Vorsicht, EMP. Eko Drohne ist schon mal kaputt. Das klingt gut. Ich muss nachladen. Sprengladung scharf gemacht. Deaktiviere die Elektronik. Oben ist Bandit. Im Versammlungsraum. Ist wieder Richtung Turm gegangen. Was geht los? Drohne ist bereit. Irgendjemand ist noch bei der Bombe bei euch. Ja, Eko. So, mindestens einer. Ah, das war Bandit. Eliminierungsassistent. Ich lade nach. Feuerschutz. Ein riesiges. Vorfüllen. Kapkamine obendran. Vorsicht. Ah, der Miet. Ah, ist ein Schatten irgendwo links von Schwarzbad. Okay. Eko ist weg. Gewehrschild im Einsatz. Entschärfer ist online und aktiviert. Er guckt das Loch an zur Treppe. Schwarzbad. Von der Waschküche aus. Da kommt noch was rein. Gegner neutralisiert. Eigner triff erfolgreich. Na so triffst du nicht so weit oben. Hat sogar noch was geschmissen. Und zwar einen Scheiß. Hab ich ja das Ding ja Flügel gehabt. Hm, doch. Ich hab jetzt überlegt, Grabschfrau zu nehmen, aber... Mach doch. Dann bin ich wieder so weit weg. Dann heulen alle rum. So, oh Mann, du bist so weit weg. Dann bist du so oder so. Ah, nee. Ohne die Ankratzung von Bandit hättet ihr euch alle blöd gemacht. In der letzten Runde. Hm. Geh mal rauf mit deinen Schwägerinnen. Und wenn da mal Frau Frost weggeht. Ah. Weg da. Was ist denn denn alles zu? Okay. Nö. Doch, doch. Oh, nö. Hm. Hm. Ich leide nach. Feiert vor! Seht jetzt heute eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Das Gerät ist in Pops befestigt. Barrikade in Position. Starte Störsender. Das Gerät ist vorbereitet. Das Gerät ist passiert. Tür gesichert. Sitze Störsender. Na, Schranke im Weg. Toll. Störsender bereit. Was soll denn da? Gucken wir die, genau heißt, die Speisekammer. Hammer. Komm mal, du Schreckens. Ah, nee, das raucht das. Kacke. Was heißt denn, Idee? Ernte Dankfest. Schildträger bei mir. Montagne in der Falle. Was, bitte? Genau, richtig. Bin auch nur schon hinterm Tisch. Ja, 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 wir waren noch nicht mal auf mich drauf, Alter. Ist klar. Ist logisch, Junge. Okay, Schlafzimmer. Scheiße. Ah, Mann. Was denn? Ja, nicht treffen mit der P90, obwohl die so ein gutes Luftfeuer hat. Oh, ich hab's nur erwischt. Scheiße. Was machst du denn? Ich hab's umgebracht. Warum stirbst du so früh, du Tischmensch? Was machst du denn? IQ und Glass hatten sie noch. Hat mich aber auch etwas verwundert, dass die P90 da mit mir so lange gebraucht hat im Nahkampf. Wenn du zwischendurch aufgehört hast, hast du schießen. Tja. Ich wollte ihn verwirren. Ja. Guck mal hier. Drei Eliminierungen mehr, noch fünf Punkte mehr. Ist ganz schön nutzlos, könnte man fast meinen. So wie du. Na, besser als... Was ist los? Ja, du wirst ja noch schlossen. Ja. Halt dich für ein Gericht. Halt dich für ein Gericht. Pff, Alter. Geht's los. Nur noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Band wurde verstärkt. Bereit. Bombenstandort sicher. Das Gerät ist in Position. Acheldraht wird eingesetzt. In der Baustelle kommen sie an. Schwarzbart. Langsatz. Acheldraht. I. Ich habe Säge. Da kann man sie an. Höchst in direkt. Ich habe Säge. Drei. Das ist eine Hälfte. Drei. 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 Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Alter, ey, das gibt's doch jetzt echt nicht mehr. Ja, sicher, er sieht mich doch noch nicht mal, Mann. Was ist denn das? Ja, klar doch. Ich guck gar nicht durch das Visier, sondern wieder stören durch. Mann, geh doch mal aus der Kamera raus, du Idiot. Jo, jetzt frag ich mich auch gerade, was das soll. Hey. Mission gescheitert, eigener Operator gefallen. Schade, einfach nur schade, mehr will mir gerade gar nicht einfallen. Dass mir die Bahner, hm, war gerade unglücklich, aber ich kann da nicht in dem Raum bleiben. Bin dann abgegrenzt von der Bombe, so wenig wie wir noch waren. Tja, naja. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschau, tschüss.